Herzlich Willkommen zu einem weiteren Part. Hi, ich bin ausgebrannt. Ich spiele mit Fenerbatsch und er spielt mit Leverkusen. Mein nächstes Ziel ist Leverkusen auszuprobieren. Ja, und ich bin ausgebrannt, weil ich habe beim vorigen Part... Normal, was ich in dem vorigen Part gesagt habe, müsste ich das nochmal tun, das unheimliche Ding, aber... Ja, beim vorigen Part habe ich gewonnen, deswegen bin ich jetzt komplett ausgebrannt. Ich kann es nicht tun. Und außerdem, es war mir so klar... Er will es nicht, sagen wir mal so. Ich habe dir die Entscheidung überlassen. Ja, ich habe dir die Entscheidung überlassen. Ja, ich sage, du kannst es selber machen. Weil ich weiß, was die Resultate daraus wären. Ja, eben. Du würdest es auch nicht tun, wenn du es sagen würdest. Was, bei F? Ja, ich meine nicht bei F, bei D. Aber nicht bei... Ja, ich weiß schon, wen du meinst. Nein! Öff... Öff... Nein! Scheiße! Wieso rutsch ich dir rein? Und... Déjà-vu! Der Typ ist so krank. Erstens, war das für dich rot? Eigentlich ja. Obwohl ich schon... Siehst du drüber? Was tust du schon wieder? Also... Punk? Also Potuk, ich dachte schon. Skrittl. Skruttl. Hm, Doppal. Brettino. Ah, ich brauche einen Innenverteidiger. Habe ich zum Glück an. Ich scheiß mich an. Zum Glück habe ich einen Innenverteidiger. Siehst du jetzt drüber? Einmal schießen würde. Wieso? Wieso? Wieso habe ich jetzt mit den roten Karten? Egal, mein Ziel ist es, bei Lyokussen rauszuschmeißen. Kein Schweine ist hier schon, wo ich dann brauche. Wenn ich das Ziel erfüllt habe, dann kannst du von mir das alle gewinnen. Echt? Außer halt mit Bescheid ins Finale kommt das Finale zu gewinnen mit Bescheid. Guck! Bei mir ist Bescheid, ich nehme immer Bescheid, ich will mein Bescheid neu bleiben. Das war zu weit! Ich weiß ja nicht, wie es mit dir ist. Auch du mein Bescheid nehmen willst. Kommt drauf an, wer die Gegner sind. Wieso? Ich will mein Bescheid treu bleiben. Ich nehme auch nicht deine Chinesen. Ich bleibe mein Bescheid treu. Ich bleibe mein Bescheid treu. Alter! Oder wie wirst du es lassen, wenn ich deine Chinesen nehme? Ne, danke. Dann würde ich instant wollen, dass du gewinnst. Aber so ein Thema hatten wir schon mal, dass wir uns gegenseitig gefreut haben. Und darauf habe ich keinen Bock. Nicht wieder. Weil der Part war echt scheiße. Der letzte Part war mein Lieblingspart. Und ja. Du hast schon oft mit den Chinesen gewonnen. Ich weiß, war der Part, der war todeswichtig. Mit der Leverkusen jetzt endlich mal raushauen. Es gibt's doch nicht, dass die... Die dürfen nicht ins Finale kommen. Nein. Weil dann will ich ihn sind, dass deine Sipp gewinnt. Pfff. Nein, dann würde ich mit Leverkusen schon eingeladen werden. Eis ob! So, leichter wird's auch nicht geschossen, Typ. Du was immer Leverkusen. Und bis weitergekommen. Einmal war ich heute... Einmal war ich bei diesem Leverkusen. Auch sonst was du's. Nein, 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 nein. Was... Was schießt jetzt? Was schießen? Die Dudes für den Kack zusammen. Ich weiß nicht, was mit mir jetzt los ist. Ich glaub die Kinesen. Deine Dudes stalkt man aber die eigenen Dudes auch, gell? Ich weiß. Och. Nimm jetzt... Nimm jetzt! Alter, ich muss jetzt kämpfen. Wenn ich jetzt nochmal verlieren sollte, dann mach ich's jetzt aber wirklich. Wenn ich jetzt verlieren sollte, dann mach ich jetzt wirklich. Ist mir scheißegal. Diesmal mach ich's dann wirklich, was ich gesagt habe. Doch. Ich will gar nicht, dass du's machst. Jetzt ohne Scheiß. Weil ich kenn die Resultate daraus. Ich mach's jetzt wirklich. Wenn, wenn, wenn ich jetzt verlieren sollte, dann mach ich's wirklich. Ich brauch jetzt eine Herausforderung. Deswegen. Ich brauch jetzt Kämpfergeist. Wie beim vorliegen. Aber dort war die schlissrote Karte. Hier ist ja auch. Ja, aber jetzt... Alter, wohin? Ich brauch ein bisschen Herausforderung, damit ich wirklich gewinne. Kein Problem. Was war jetzt? Ich weiß, was war jetzt schon wieder. Ach so. Ja, moin. Du machst denn was? Wo soll der hin? Ich hab einen Foul. Gerade bin ich wofür. Was? Ja. Ja, bitte. Leverkusen. Leverkusen. Mein großes Ziel. Die fliegen raus. Das ist mein großes Ziel. Und von wegen ich mach's, wenn ich... Du wirst es hier machen, wenn du verlierst. Ja, wenn ich verliere. Es ist ein Tor. Es ist ein Tor. Ich hab die türkische Ader. Mein bester Freund ist halb Türke. Also. 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 Ich muss mit den Türken jetzt gewinnen. Er will's auch. Shit. Ich hab dich nicht glücklich gehört. Ich hab dich glücklich gehört. Ja. Das soll ich dazu nicht sagen. Das war mir schon wieder Glück. Hast du die Scheiße schon wieder gesehen? Ihr Latte hat Kacke Deppenscheiße. Juhu. Juhu. Bumm. Müsst du nachher wirklich Dienst fahren? Ja, sicher. Wieso? Oder hast du keinen Hunger? Ja, das schon. Ich meine aber... Nicht reingehen oder... Ja. Reingehen können wir... Bist du wahnsinnig? Erstens. Die sind... Weißt du, wo die sind? Das ist mir schon klar. Aber... Warum willst du reingehen? Frage ich mich. Dort essen? Und dann... Wart sicher. Es dauert nicht lange. Du kannst dein E2 mitnehmen nehmen. Mitnehmen nehmen. Du musst dir nicht dort essen. Aber weißt du, wie schnell ich esse und wie schnell du bist? Ja, das ist... Das weiß ich. Zu gut. Also. Hä? Faul. Das war nix. Komm, gib mir gleich rot. Wenn das... Wenn das ein Faul war, dann gib mir gleich rot. Das war gar nix. Oh mein Gott. Nicht schießen! Das war ein Faul. Nein. Ja. Was? Ja. Ich gebe Karte, aber wir haben dich weggetan, damit ich nicht rote kassiere. Ich muss auf jeden Fall sicher. Du bist nicht sicher. Ich muss mich da verarschen, dass Leverkusen weiterkommt. Pfff. Das kannst du deiner Oma erzählen, aber nicht mehr. Ja. Nein. Ich bin halb Türke. Ja. What the fuck. Ja. Nein. Oh Mann. Alles gl. Blah. Im B.H. Was zur Hölle. Ja. Nein. Nein. Das ist sowieso so ein Fehler. Alter. Wieso ist wieder hier keiner, wo ich denn es brauche? Nein. Ich sehe wer. Total. Du machst jetzt hier das Tor. Wetten. Ja. Wenn ich jetzt verliere, dann muss ich es wirklich machen. Das ist... Wo mache ich ein Tor? Bitte sag mir, wo ich ein Tor mache. Alter. Alter, ich brauche jetzt ein Tor. Alter, ist kein Schwein da. Ja. Versuch's. Drück nur. Smart. Ja, ich kann nicht. Nein. Du machst keinen Tor. Das war die einzige logische G-Dingst. Ähm. Nein. Ja. Das ist schon überall der Typ. Nein. Ja. Hä? Ey, das hätte doch doch laufen können. Das. Nein. Das war sowas von dem Tor. Du willst, dass lieber Kusen weiterkommt? Ich will, dass ich gewinnt. Das ist das einzige. Nein. Alles klar. Leverkusen kommt hier weiter. Ich weiß es jetzt schon. Danke. Danke, dass nie was auf meiner Seite ist. Überhaupt nicht. Du weißt schon, dass ich das da machen muss, was ich gesagt habe. Alter. Nein. Ja. Und... Schieß. Schieß einen gescheiten Schuss. Und nicht so einen Lappen. Ich würde dem verdienen. Ich werde so geisteskrank. Nein. Nicht so weit. Alter. Nein. Ja. Und jetzt ist das Tor. Jetzt ist das Tor. Ja. Woden. Welche Augen hast du, dass das ein Tor ist? Frag ich mich echt gerade. Eckball und Tor. Ballett. Er kriegt ein Elfmeter geschenkt. Was er zum Glück nicht reinigt. Ball. Ball. Er kriegt ein Elfmeter geschenkt. Jetzt mach... Tor. Ach. Ach du Scheiße. Du kommst hier nicht. Du, du kommst hier nicht. Du kommst hier nicht durch. Du kommst hier nicht durch. Du kommst hier nicht durch. Hä? Ja und jetzt ist es Tor. Jetzt ist es Tor. Jetzt ist es Tor. Jetzt ist es Tor. Nein. Ja... Nein, schieß! F*** you all! ich kacke mich an ich kacke mich an leverkusen ist meine zweite abschlussliste es gibt es doch nicht dass ich keinen punkt schaffe rauszuhauen jetzt hast du es als ob das sieht schon was ist ich bin zum ball gegangen ich hab den teil mehr habe ich nicht getan guck mal wie er drauf ist ich bin gelaufen nicht mehr okay ich bin mit der mitte mal schauen ob was tut ja genau wenn das absichtlich ist als ich peter nein bitte bitte lieber gott er lehrt hoch hundert millionen was ich schon wieder verlängerung was ist mit diesen parts los warum ich diese part so assoziatein jetzt hast du wirklich ein faul gemacht ja und jetzt macht er das tor echt hast du wirklich ein faul gemacht das war gar nichts ja und ich weiß nicht dass nix auf meiner seite ist nichts ist auf deiner seite a damit haben wir die kiste so und jetzt bitte danke macht aus der das war keines ich gehe auf den ja genau ich hätte nicht eingebaut auch wenn jetzt so wie bei dir ja es gibt es einfach nichts ist auf meiner seite und jetzt ist ein faul bitte bitte verletzen sich jetzt auch noch von uns das ist nicht sein ernst das ist nicht sein ernst genau jetzt in der millisekunde ja und ja man sieht ja mal wie unfair was ich habe nichts getan habe ich den ball berührt bei der grätsche ja habe ich den typen rein der hund nervt hat mich wechseln ich schwöre ist ihr lasst mich wechseln das ist wo unfair hochhundert sonst verflucht noch mal an jetzt hier king kong er kommt bitte nicht nur gewechselt jetzt ja guck da hast du ja und es ist doch was nicht sie ist ja verpiss dich du bist ab der scheiße was denn die tun für den ausgeschossen hat dann würdest du jetzt im ball du hast den ball bitteschön ich brauche nichts tun dass du ball hast du hast den ball du hast ihn ich hast den ball ja und jetzt macht er jetzt macht es euch gar nichts weil ich den ball nicht habe doch jetzt habe ich ihn ja hallo da unten wie wärs bock alter ja es hilft nichts ich sag nie wieder dass ich das mache weil das bringt mir unglück bei die wichtigsten matches da bringt es mir unglück und wenn ich es beim nicht wichtigen match mache dann bringt es mir glück ich hab falsch geschaut ja es ist jetzt vorbei ja total renn mag flanke macht falte falte weiß ich nicht nein das war ein fehler das war so aus und weder aber von dir der war zu weit letzte chance vielleicht vielleicht gibt es noch eine chance aber ich weiß nicht dass hier die sitze lebt pfeff da also nicht ja und das ist die letzte chance ja wieder von der verlegerung wieder zwei so aus ich weiß es auch nicht du nimmst gar nichts mehr zurück jetzt tust du es sag ich jetzt du tust diese scheiße jetzt wann du es mir egal nicht wenn du das nächste mal punkt die punkt die punkte siehst sondern wenn wenn ja genau dann passt okay passt dann fahren wir gleich dann hin also wir halten es dann beim nächsten mal er hat so eine wette die hat er verloren wir hören uns tschüss